Tagesenergie, Mittwoch, 3. November. Die Energie fließt wieder leichter und unbeschwerter. Sie können sich der großen Lebensfreude zuwinden. Errichten Sie Ihren Sinn Richtung Wachstum, dann können Sie neue Ideen wie ein Samenkorn in die Erde legen und es gibt die besten Chancen dafür, dass es aufgehen wird. Experimentieren Sie etwas und sogar fixieren, wäre angesagt. Und Angefangene sollten Sie fertigstellen, denn dies läuft heute besonders gut. Die Energie wird mit Ernte und Reichtum in Verbindung gebracht und Ihre Lebensgeister werden stark geweckt. TV 21 Austria Einfach anders!